Hallo zusammen, ich bin's, euer Mutti Bär. Ich muss euch leider heute mitteilen, dass unser Livestream leider ausfällt, aufgrund von einem Krankheitsfall, nämlich ich bin krank und ja, kann halt dann nicht öffentlich Livestreamen, das wäre nämlich ein bisschen blöd. Und ja, auf jeden Fall gibt's am Montag wieder einen Livestream, mal gucken, vielleicht am Samstag noch, tagsüber, wir werden sehen, mal sehen, wenn der Robert Zeit hat. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss, tschüss und reinhauen.